Hallo, ich bin es, der Oliver von Espresissimo, dem Kaffeeshop im Internet. Wir haben die letzten Tage eine Kampagne gemacht mit der Digi-Manufaktur auf Facebook und Instagram und haben dort einige Umsätze generiert, im Genauen 100 Euro eingesetzt und ca. 6-7.000 Euro Umsatz damit generiert. Das finde ich spitze, also eine super Quote. So kann es auch in Zukunft für mich eigentlich mit ihm gemeinsam auch weitergehen. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald!